Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben und willkommen zurück zu Gran Turismo 7 und heute zocken wir wieder mal ein paar Missionen. Ja, wir haben einen Spielstand, auf dem ich noch kaum Missionen absolviert habe. Ich habe zwar die erste Reihe an Missionen hier schon abgeschlossen, aber wir beginnen hier mit der zweiten Reihe der Missionen und mit einer Überhol-Challenge. Der Pass im Porsche 356. Drei Fahrzeuge in Goodwood überholen. Hier war ja auch jüngst das Festival of Speed, was ja schon ein bisschen wehgetan hat, ehrlich gesagt. Da ist ein McLaren F1 in die Strohballen reingeschöppert. Und für mich sogar noch schlimmer, ein Porsche 911 GT1, der 996-Generation. Ja, und das tut halt enorm weh. Da ist zwar beim Porsche nur der Heckflügel abgeflogen. Bei McLaren ist ein bisschen mehr verbogen gewesen. Zumindest sah es so aus. Und, oh, ich hätte den überholen müssen hier. Nein! Silber nehmen wir nicht mit. Silber braucht keiner. Ähm, nee, aber... Beide Autos natürlich ein herber Verlust. Super unangenehm. Und, äh, ja, was willst du machen? Äh, schade. Ich glaube, das wurde auch vorzeitig dann beendet, das Event, weil da... ...das Wetter auch nicht so mitgespielt hatte. Und, äh, tatsächlich wurden jetzt auch, was die Zeitensetzung angeht, für diesen... ...Hill Climb, sag ich mal. Ähm, da wurden jetzt auch keine... ...krassen Zeiten rausgehauen. Der McLaren Solus ist gefahren. Das ist ja dieses, äh, Vision Gran Turismo Auto. Weiß nicht, ob es eins zu eins auch... ...quasi genau dieselben Spezifikationen in der Realität hat. Aber sie haben im Prinzip das Auto vom Design her ziemlich stark nachgebaut. Wie es halt im Spiel dann vorhanden ist. Als Vision GT Auto. Und... Das war, ich glaube, sogar noch etwa 5 Sekunden zu langsam, um in die Top 10 aller Zeiten reinzukommen. ...für diese Hill Climb Strecke, was man da zeitlich gebraucht hat. Also insofern, da ist schon ein bisschen, ja, Luft nach oben gewesen, sag ich mal. Ähm, aber... ...ich mein, Goodwood ist immer wieder aufs Neue geil, wenn man sich das anguckt. Wait, da war sogar noch was. Da ist ein Lola Formel 1 Auto... ...kaputt gescheppert. Das hat auch wehgetan. Also, drei Fahrzeuge, äh... ...die kaputt gegangen sind. Plus noch ein BMW M1 Pro Car. Also, vier Fahrzeuge im Prinzip. Super, super bittere Sache. Oh, nee, oder? Ja, okay. Ich habe mir tatsächlich überlegt, demnächst mal, ähm... ...ich würde es wahrscheinlich für den Hauptkanal machen. Ähm... ...ein Video zu Mission 34 in Gran Turismo 4. Was ja auch diese... ...One Lap Magic Geschichte ist. Magic. Wo man aber... ...ich glaube so rund drei Minuten oder so warten musste. Bevor man die Runde dann starten konnte. Das ist hier natürlich ein bisschen kompakter gehalten. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier lang muss, ne? Also, jetzt schon, aber... ...grad eben dachte ich so, hä... ...muh ich jetzt zu diesen roten Lichtern oder was? Oh! Ey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Und ist dann R33 dran Was ich halt ein bisschen weird finde hier ist Dass die Autos Gar nicht eng beisammen sind Das war ja das Besondere bei Den Missionen in Gran Turismo 4 Die so aufgebaut waren Dass am Ende der Runde Irgendwie alle Autos recht dicht beisammen sein sollten Oh mein Gott Ja gut Das ist Big Off Brauchen wir noch einen zweiten Versuch oder reicht der? Ich komme halt schnell ran Aber Was tut die Ziellinie auch? Wir kommen vorbei Ja gut dann ist es aber auch super easy Die Mission Krass So ich muss noch ganz kurz Eine Sekunde auf mein Handy gucken Moment Ja sehr schön Damit gehen wir weiter Wir machen keine Drift Mission Nein Rennen Wie lange geht das Rennen? Zwei Runden Nice Let's go Okay Neustart Upsi 15 Uhr stimmt nicht Was da im Lenkrad steht Was da ist wie langsam hier alle sind alter du bist vom selben konzern warum haust du mich hier weg honda nsx linke auszusehen an also regen wird es vielleicht noch mal geben der top 5 ist auf jeden fall schon mal direkt silber ist gut zu wissen aber das ist relativ entspannt ich habe das ehrlich gesagt so ein bisschen mittlerweile die sophie k ich hätte es irgendwie cool gefunden wenn die jede woche oder zumindest jeden monat mal oder alle zwei wochen oder so ein neues gt sophie event machen dann hätte man noch ein bisschen mehr content wo man sich ein bisschen rein steigern könnte ich mag ja auch diese time trail geschichten ganz gerne so aufpassen bin eh auf p1 habe eine sekunde vorsprung ich mache mir keinen stress alles gut alles entspannt ja das war doch eine nette mission ja ich werde so ziemlich alles machen außer die drift mission die sind furchtbar die sind wirklich wirklich schrecklich pylon herausforderung ist auch immer ein krampf im po ach warte mal 20 pylonen das ist doch dann dieses das land umfahren oder sich alle erwischt das pattern ist hm ich glaube ich gehe hier tatsächlich mal in die perspektive ah einen nicht erwischt ärgerlich komm richtigen burnout start hier machen ne passiert halt nichts mann warum verpasse ich immer den fünften bin voll doof damit er länger vor 20 steht kapi oh jetzt habe ich den sechsten verpasst mann ey ey war ok war ok bitte kein ghost alter ich glaube ich habe den einen verpasst hey ich habe sogar zwei verpasst crazy es ist so ruhig man hört nix ja nice ja das geht doch war nix schweres bei oh man ja hat doch einen moment gedauert aber nächste mission erfolgreich geschafft ach das war das in Kyoto hier ne nicht Kyoto sorry Fuji oh je so 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 an den strecken verlauf kann ich mich nicht so gut erinnern an die mission schon an die mission schon eher ja und der pfff dem ist das egal ach das ist ein so krasses tolles wertvolles auto oder nö baller da rein ah da bin ich jetzt natürlich reingesendet aber ich will halt eine gute stelle haben wo ich den überholen kann das war gut das war gut ey fahr mir doch wenigstens nicht hinten rein alter oh warum setzt sie einem so nen klotz vor die nase ey komm dann kann ich klotz hier besser sehen ach Gott um ihm direkt hinten rein zu fahren geht oh Gott! o.Gott war das schlecht Alter Sie haben das fast geschafft sicher was versteht es sie unter fast Oha Komm, weg, 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 Dave Oh, Klotzi, ran schießt Oh, Alter Das seh ich als Persönliche Vendetta von dem Alpinen gegen mich Wo kann ich ihn überholen? Hier, außenrum vielleicht Nein, nein, nicht die Nicht die Mama Nicht die Mauer Ah Im Moment dachte ich, dass der mich erwischt Oh mein Gott Der Schatten Nein Ach man Hat ein bisschen früher an dem Alpin Vorbei gewusst Wie Nein Nein, lass mich in Ruhe Oh Gott, ey Ey Es ist Es ist halt Mehr Weich dem Ford aus Als Fahre diese Challenge Ey Ey Du bist aber auch echt Ein Ach Mann, ey Ich will hier halt einfach nicht so weit rauskommen Eigentlich Oh Hä Wait Ne Das guck ich mir jetzt mal kurz an Wat Wird ich denn da dagegen gekommen? Ja Ich da jetzt Gegen gekommen Vermutlich weiß ich nicht das eine mal hätte ich es fast geschafft und das geht ja richtig easy ja genau so fühlt sich der audi auch an dessen floh wie sobald er in der luft ist geil komm geh mal weg klotz sie oh man ich sehe es schon kommen ich kriege ihn nicht hier entspannt überholt oder wir berühren uns aber das spiel sagt noch nichts hätte wir dieses noch sparen können oder warum probiere ich es da überhaupt noch außen es hat doch vorhin noch echt gut geklappt wo ich einfach genau den switchback machen wollte so ganz entspannt ranfahren weiß gar nicht was vorhin mein fehler war den ich hier gemacht habe auf jeden fall werde ich ihn diesmal nicht machen kann sein dass ich einfach viel zu spät gebremst habe kann sein huu finally ja haben wir hinbekommen läuft doch war doch gar nicht so unentspannt so öko herausforderung die gefahren auch nur der agenda hier so also ja ich weiß ich darf einfach kein sprit verbraten äh so stimmt das ist auch eine starttaste so 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 ich habe hier vor einer weile mal donny von den rocket beans zugeschaut da weiß ich auch so ungefähr noch wie die challenge hier aufgebaut ist zwei minuten fünf glatt so hier muss man viel schwung mit dem und das habe ich enorm versiebt habe ich jetzt locker eine sekunde oder noch mehr verloren ich habe viel zu wenig sprit verwendet oder was ich habe enorm viel sprit noch über booyah oh gott war das gut jetzt will ich aber wissen was da noch geht einen versuch wage ich noch und werde hoffentlich am ende dieser geraden ein bisschen besser sein ok let's go ja short shiften ist halt auch ordentlich meta das war natürlich nicht gut komm wagen wir das machen wir das machen wir das nochmal direkt nochmal wieder seinem song nochmal ich das war wir jetzt wir 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 Boah, jetzt will ich überall zu viel Jetzt will ich zu viel Jetzt will ich viel zu viel Oh mein Gott, war das schlecht So, Ziel Weiß ich nicht, aber Ich denke, man kann unter 2, 3 kommen Äh, unter 2, 4 Unter 2, 3 mit Sicherheit auch, aber Das ist jetzt für mich nicht das Ziel Es gibt dieses Ziel Binge Binge Ja, hier gewinne ich gerade so viel Zeit dazu. Oh, das darf man? Ja, nice. Das wird eine 2-2 sogar. Über zwei Sekunden schneller. Wow. Ja, und in der letzten Kurve sogar nochmal 2, 3, 4 Zehntel verloren. Nice. Ey, werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei so ein paar Missionchen. Wir haben fast die gesamte zweite Missionsreihe nochmal abgeschlossen. Abgesehen von der Drift Mission. Wenn ihr Spaß hattet, lasst den Daumen nach unten. Aber wir wollen beim nächsten Video dabei sein. Dann geht es weiter mit Gran Turismo 7. Bis demnächst. Und tschüss. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst.